Herzlich willkommen zu Jagdmister X. In diesem Video geht es um Summen. Und zwar wollen wir herausfinden, wie viele Möglichkeiten es gibt, die Summe 10 nur mithilfe der Summanden 1 und 2 darzustellen. Du findest hier schon drei Beispiele angegeben. Die Summe 1 können wir darstellen als 1 ist gleich 1. Das heißt, hier gibt es nur eine Möglichkeit. Für die Summe 2 haben wir dann schon zwei Möglichkeiten, nämlich 1 plus 1 und 2 ist gleich 2. Und für die Summe 3 gibt es dann sogar schon drei Möglichkeiten. Und nun bist du an der Reihe. Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Summe 10? Ich habe hier schon einmal unsere bereits bekannten Ergebnisse, nämlich die Anzahl der Möglichkeiten für die Summe 1, 2 und 3 aufgeschrieben. Und wir versuchen nun einmal herauszufinden, wie viele Möglichkeiten es für die Summe 4 gibt. Wichtig ist, dass wir systematisch vorgehen, damit wir keine Möglichkeit vergessen. Und ein mögliches Ordnungsprinzip könnte sein, dass wir mit möglichst vielen Summanden beginnen und dann mit möglichst wenigen Summanden aufhören. Möglichst viele Summanden erhalten wir, wenn wir nur die 1 verwenden. Und wir können dann schreiben, 4 ist gleich 1 plus 1 plus 1 plus 1. Dann können wir die ersten beiden Summanden, nämlich 1 plus 1, zusammenfassen. Wir erhalten 2 plus 1 plus 1. Dann können wir Summanden vertauschen, nämlich den ersten und den zweiten Summanden. Wir erhalten dann 1 plus 2 plus 1. Und dann vertauschen wir noch einmal den zweiten und dritten Summanden, sodass wir dann 1 plus 1 plus 2 erhalten. Schließlich können wir noch die ersten beiden Summanden, nämlich 1 plus 1, zusammenfassen. Und wir erhalten 4 ist gleich 2 plus 2. Insgesamt gibt es somit für die Summe 4 5 Möglichkeiten. Diese 5 notieren wir auch in unserer Tabelle. Dann können wir überlegen, wie viele Möglichkeiten es für die Summe 5 gibt. Und dies habe ich schon einmal für euch vorbereitet. Wenn wir hier systematisch vorgehen, erhalten wir genau 8 Summen. Das heißt, wir können uns notieren, bei der Summe 5 gibt es 8 Möglichkeiten. Ihr merkt schon, dass es ab der Summe 5 relativ aufwendig wird, alle Möglichkeiten herauszufinden. Und es wäre schön, wenn wir jetzt ein Gesetz entdecken könnten, sodass man nicht mehr alle Möglichkeiten aufschreiben muss. Und dazu verwenden wir einfach mal einen Trick. Und zwar betrachten wir unsere Ergebnisse, also 1, 2, 3, 5 und 8, als eine Zahlenfolge. Und wir versuchen, das Muster dieser Zahlenfolge zu erkennen, um dann fortsetzen zu können. Und dann würden wir ja automatisch auch herauskriegen, wie viele Möglichkeiten es für die Summe 6 gibt. Das heißt, wir könnten zunächst einmal überlegen, wie kommen wir denn von der 1 zur 2. Wir müssen genau 1 addieren. Von der 2 zur 3, da müssen wir ebenfalls wieder plus 1 rechnen. Dann müssten wir 2 ergänzen und schließlich noch 3. Insofern könnten wir auf die Idee kommen, dass jeweils 1 mehr ergänzt werden muss. Also, dass wir jetzt hier, um die nächste Zahl zu erhalten, plus 4 rechnen müssten. Das heißt, dann gäbe es für die 6 12 Möglichkeiten. Was ein klein wenig dagegen spricht, ist, dass wir anfänglich plus 1 und dann noch einmal plus 1 rechnen. Schauen wir uns die Zahlen also noch einmal an. Und dann fällt uns vielleicht folgendes auf. Und zwar 1 plus 2, das ergibt gerade 3. Dann 2 plus 3 ergibt 5. Und 3 plus 5 ergibt 8. Demzufolge müssten wir dann, um die Möglichkeiten für die Summe 6 zu erhalten, 5 plus 8 rechnen. Und wir würden 13 erhalten. So, meine Lieben. Das heißt, wir haben jetzt für die Summe 6 zwei verschiedene Anzahlen von Möglichkeiten, nämlich die 12 und die 13. Und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir unbedingt erst einmal herausfinden, welche dieser Anzahlen die richtige ist. Und dazu bleibt uns nichts anderes übrig, als noch einmal alle Möglichkeiten für die Summe 6 aufzuschreiben. Und das habe ich hier einmal gemacht. Habe auch unser Ordnungsprinzip beibehalten, damit ich keine Möglichkeit vergesse. Und wie wir sehen, 13 ist die richtige Anzahl. Und das wiederum bedeutet, dass unser Bildungsgesetz oder unser Muster, was wir erkannt haben, so ist, wie wir hier farblich auch dargestellt haben. Das heißt, eine Zahl ergibt sich immer als Summe der beiden vorhergehenden Zahlen. Damit können wir jetzt auch sagen, dass die Anzahl der Möglichkeiten für die 7 dann 13 plus 8 sein muss, also 21. Für die 8 erhalten wir dann 13 plus 21, 34. Für die 9 34 plus 21, das sind dann 55. Und für die 10 55 plus 34, 89. Das heißt, es gibt 89 Möglichkeiten, die Summe 10 nur mithilfe der Summanden 1 und 2 darzustellen. Hättest du erwartet, dass unsere Anzahl der Möglichkeiten etwas mit den Fibonacci-Zahlen zu tun haben? Wenn du Spaß daran hattest, kannst du noch weitere Summen untersuchen. Zum Beispiel könntest du ja einmal Summen darstellen, nur mithilfe der Zahlen 1, 2, 3. Und du hast bestimmt noch selber ganz viele weitere Ideen. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Knobeln, Denken und Tüfteln und bis zum nächsten Mal.